hey leute hallo und herzlich willkommen zurück zu shakes and fidgets the game 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 ja es ist wieder wochenende und heute ist shakes and fidget shakes and fidget wird heute aber leider nur ein kurzer part kommen weil ich ein bisschen gesundheitlich angeschlagen bin und eigentlich ja überlegt habe gar kein Video zu machen aber ich wollte doch ein Video machen aber ja darum gibt es nur ein kurzes Video ich hoffe es war in Ordnung wenn nicht dann ja aber ein Problem ja ok Casper uh Casper Casper ist sogar fast legbar krass mhm da ein bisschen oh die 50.000 hoch mhm zack und zack und hier machen wir noch ein bisschen hier 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 so 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 sagen wir mal Casper go go warte wir haben ein Level Up erreicht by the way Casper was ist Casper denn ein Geschick Gegner alter der viel Geschick krasse scheiße hm ich glaube Casper will nicht Turm ich Entschuldigung ja Casper will nicht fallen Casper hat keinen Einbild zum Musik behalten da äh Erfahrungswochenende ist und ich gerne 110 Alu machen würde so wir gehen weiter auf Server 24 so auf Server 24 sind wir am ähm Questen Dingsern erstmal ein Duell hier warte können wir ja auch noch zack warte ähm Schläger von den Krieger übelst viele ne so ok ok ich muss noch weiter zurück hier so Krieger den habe ich den auch hm 170.000 nehmen wir mal auf 170.000 haben wir noch Level 1 ok hm ok 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 dann gehen wir mal auf 162.000 auch noch Level 1 Alter hat jeder Krieger diesen Schläger alter was da los 150.000 noch 130.000 süße Maus warum machst du das nicht um immer auf 100.000 naja das sieht schon besser aus mal 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 echt nur die Einschläge ist ja richtig langweilig vor Krieger oller oller Prügel ja das ist echt olle gibt es gibt es denn irgendwie nur in einer Farbe oder was was ich weiß nicht ich weiß nicht da die gibt es ja auch in mehrere Farben da die gibt es ja auch in mehrere Farben und angreifen angreifen das ist echt nur das verkackte Band was farblich anders ist ach du scheiße ok es hat 24 ähm dungeon glaube ich nicht dass wir hier irgendwie was packen nachher nicht wirklich viel passiert ist hier hier Turm denke ich auch nicht dass irgendwas fällt ne ne das wird hier wohl noch etwas dauern bis hier irgendwie wieder Action ist das das doch haben wir was geschafft nice er geht es ja egal ob man das auf Pause oder nicht weil die ist ja eh inaktiv rein da oh so wenig Gold oh man aber den werden wir es nicht mehr schaffen ne ok dann gehen wir auf Server 30 last but not least und einmal kurz in die Gilde gucken herzlichen Glückwunsch herzlichen Glückwunsch herzlichen Glückwunsch und zwar haben wir hier schon den 16. Raid und der 17. wird bald starten ja wird euch einfach sehr schön und dafür sollen wir alle ein bisschen leveln oh ich hab gar keine Tränke was ist da los so haben wir erstmal irgendwelche random Tränke dann besser als gar keine so Waffenladen haben wir hier noch 1,25 1,25 1,25 1,25 so ist besser das weg ja wir haben wir kurz hier den Zauberladen und verzaubern wieder ein paar Sachen ok so wir gehen jeden Dungeon mal versuchen können ok der will nicht der auch nicht der erst recht nicht wundervoll nicht gut ja wie ihr seht seht ihr hier nichts weil es nicht vorangeht ähm hier muss ich noch ein bisschen und so weiter und so fort aber ich würde sagen das war's ich wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende bleibt gesund vor allem bei dem Wetter und ja euer Kletom bis dann ciao 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 bye bye woher bamm 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 b arm kap